Hallo, ich bin der Kylian. Ich mache Top-Belle als Hochbau- und Betonbauer bei der Firma Wihag. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil ich viel in der frischen Luft bin und auf die Nacht sehe, was ich unter dem Tag habe. Am Anfang versprechen wir den Tagesablauf durch und schauen, was auf der Baustation ansteht. Die Tage sind sehr abwechslungsreich und kein Tag ist wieder anders. Körperlich halten wir den Beruf richtig fit und man ist vom Mauen bis zu den Bodenplattenbetonieren bis hin zum Scheuner überall dabei. Wenn du deinen Lehrberuf spannend findest, dann kommt sonst zum Schnuppern vorbei. Wir freuen uns auf dich. Lachen Vielen Dank.